In dem heutigen Video gibt es einen Ersteindruck und Unboxing-Video der neuen TwinPower FE. Ein richtig cooles Stück, das wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Hier habe ich die neue TwinPower FE in der Größe 2500 und wir starten gleich mal mit dem Unboxing. Hier haben wir sie, die neue TwinPower FE. Wie man sieht, ein Gunmetal-Design. Also ein ganz schlichtes, fast schon ins Schwarz tendierende Silber mit zwei goldenen Akzenten. Goldener Akzent Nummer 1 auf dem Sturlauffröllchen. Goldener Akzent Nummer 2 am Griff. Und sonst sieht die Rolle sehr, sehr schlicht aus. Und sie erinnert mich optisch an eine weitere sehr hochwertige Rolle im Programm. Und zwar die hier, die neue Stella. Wie man sieht, die beiden Rollen sind sehr, sehr ähnlich. In Natura geht die Stella aber tatsächlich eher in das Silber und die TwinPower eher in Richtung Gunmetal-Grau. Ich finde optisch eine sehr, sehr schöne Rolle. Und nicht nur optisch hat sie was von der Stella, sondern auch die Technologien. Da sind einige von der Stella mit hier in die neue TwinPower gerutscht. Zum einen, eins meiner absoluten Lieblingsfeatures, Infinity Loop. Ihr seht es, ich kurbel hier und die Spule hebt sich nur ganz langsam nach oben, nach unten. Dadurch wird die Schnur nochmal enger verlegt und wir können ein bisschen weiter werfen. Wir haben es gerade schon gehört in einem leichten Klick. Wir haben hier eine verbesserte Bremse. Die Dura-Cross-Bremse hört sich nicht nur geil an, sondern lässt sich auch nochmal sehr, sehr sensibel einstellen. Und wir haben eins meiner liebsten Features bei neuen Rollen von Shimano. Und zwar die Anti-Twist-Fin, die hier unten drunter sitzt. Die verhindert einfach noch, dass die Schnur beim Aufspulen unter die Spule rutscht. Und hilft auch nochmal, die Schnur ein bisschen straffer aufzuspulen. Zudem, die TwinPower FE gehört zu der Core Solid Serie. Das heißt zu dem stabilen Rollenprogramm, mit dem ihr auch wirklich etwas schwerere Anwendungen machen könnt. Wir haben hier nochmal ein zusätzlich versteiftes Gewinde, sodass wir hier einfach nochmal eine bessere Kraftübertragung haben und auch nochmal einen geschmeidigeren Lauf. Und den geschmeidigeren Lauf, den merkt man nicht nur beim Kurbeln, sondern, hört mal hin, genau, man hört hier nämlich nichts. Die Rolle kurbelt sich wahnsinnig gut. Die Rolle gibt es in insgesamt zehn verschiedenen Modellen. Beginnen bei einer kleinen C2000 bis hin zu einer C5000, also schon ein bisschen was Größeres. Für jeden was dabei. Schaut sie euch gerne mal an, die neue TwinPower FE. Als Stopp, noch nicht abschalten. Für meine Kanalmitglieder habe ich nämlich noch eine Kleinigkeit und zwar ein Gewinnspiel. Es gibt zwar keine neue TwinPower zu gewinnen, aber ein Köderpaket, was mindestens genauso cool ist. Bestehend aus zwei Crankbaits, einmal dem Cossack und dem Macbeth. Moment, der hängt falsch rum. So rum. Und dann noch einem richtig coolen und großen Hechtköder und zwar dem Soul Swim. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, mein Kanalmitglied zu sein und dieses Video zu kommentieren. Der Teilnahmeschluss, der steht unten in der Videobeschreibung. Und ich sage an der Stelle an allen Kanalmitgliedern, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Auch danke an alle anderen, die dieses Video bis hierhin geschaut haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut! Outro